Auf die Maritale, mehr Deutsch, leistet Widerstand, gegen die Braunkohle hier im Land. Auf die Maritale, auf die Maritale. Im Klimaschutz, runter mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz. Das heißt, dass diese ältere Generation entweder das tut, was wir verlangen in den Gemeinderäten, in den Landesparlamenten, im Bundestag, im Europaparlament oder wir werden es halt selber tun.